Willkommen zurück zu Let's Play Red Dead Redemption auf der PS4, da sind wir wieder und ja, wir haben letzte Folge unseren Hauptcharakter kennengelernt, sind hier auf der Ranch angekommen wurden, bei dem wir angeschossen wurden, hier gesund gepflegt und jetzt machen wir weiter bei der netten Miss McFarlane, würde ich sagen, direkt mal mit dieses Armadillo USA You can take the reins, it wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman Take the driver's seat, come on You're looking much better, considering you were almost buzzard's food a couple days ago I have you to thank for that, miss So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss, I have not Well, that's a relief, perhaps there's hope for you again I wouldn't bet on it Oh, there's always hope, Mr. Marston You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that An admirable attitude, miss I suppose so, I can't think of any other way to stay sane, to be frank What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it, it's not really something I think about A peculiar outlook I can't really say I understand you I can't always say I do either Oh, don't be so deliberately enigmatic I'm not, miss Yes, you are You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality I just know there are two theories to arguing with women And neither one works I'm not even going to dignify that to risk for the response I think it's kind of funny I found you dying on the side of the road And now you're driving me into town You have a strange sense of humor Well, you must admit, it's an unusual start to a friendship I didn't realize we were friends, Miss McFarland Oh, please Now who's being funny? Listen, I know that business in Williamson is your business But I don't know, you've been good to us And I don't think you're a bad man A little stupid, perhaps, but not rotten I just worry about you gallivanting around these parts Like you're some kind of deranged bounty hunter Like Paul always says, don't go wake and snake I appreciate your concern for us lesser mortals, Miss McFarland I really do And if there was any other way out, I'd take it I can assure you of that You never did tell me where you live I have a small holding up in Great Plain A farmer? Yeah And I'm the queen of England And at what point during your day of hunting down outlaws Do you find time to raise chickens? Only been at it three years or so I guess I'm kind of new to it You're telling me So who's looking after this farm of yours right now? Uncle Well, he's not my uncle, as far as I know Just an old dog who's as lazy as a lizard on a hot day The kind of fella laboring under the delusion that age brings wisdom Sounds like the perfect person to leave in charge of your entire livelihood We go way back And I didn't have a lot of choice I'd be getting back there if I was you He's a good fellow He saved your life So be polite to him Meet me in front of the general store when you're done Alles klar, geht zur Arztpraxis The whole town needs my expertise Hello, sir I got stuck with them electric belts I got stuck with them electric belts I got stuck with you Autobahn and Apfel gibt's here also Steht aus, dass du das Pferd wieder her Füllst dein Deadeye auf Okay Haben wir ja kein Geld Von daher Mit zehn anderen Vorausbudget werden Deinen Tisch aufbewahrt Drücke Das da Und dann Das öffnen Damit er dein Gegenstand hast Deinen Gegenstand gewährt Okay, X-Tree Und das verwenden Alles klar Da stand noch was Für gebildet It was nice to be able to enjoy the view for once And the little company never hurts now and again You're more than welcome, miss Least I can do Thank you for the medicine Why don't you have a look around Armadillo You can always take the stagecoach back to the ranch later I might just do that Travel safely, miss Try not to get yourself shot I won't be around to save you this time Damit ihr verlassen möchtet Zu einer Postkutschen Die gewöhnlich hinter der Frachtstation B Und entladen werden Das ist Immobilienkauf Oder Mieten Jawoll Klaus Haus Okay Wenn du gekauft hast Kannst du einen Spielstand speichern Und steht dort ein Pferd Munition und andere Gegenstände bereit Ich finde es irgendwie cool Das wurde damals ja Als das Red Dead Als das beste GTA verkauft Man merkt an allem Warum Woher kann da mehr in Ordnung gespielt werden Das ganze Minigames Die Symbole Dieses einzelne Gameplay Äh Die ganzen Angeblendente Wie das hinlegen Und so Das alles Wirklich GTA Nur im Beste Ich glaube da haben neue Gegenstände Angebot So Wie kann ich dir helfen? Wir gehen jetzt mal in den Restor Potschläge verbinden sich mit Zeit und Ordnung Gebiet Dann hätte ich der Kutsche und der Pfeifer mit Hup Um sie anzuhalten Und steige ein Okay Wie geht es, Herr? Ich stehe Ich stehe Ich stehe Ich stehe Ich stehe Bruder Wir haben eh noch kein Geld Wir können auch kein Poker spielen Wenn wir keinen Dollar haben Sind wir mal ehrlich Ich komme immer auf die Skinschottaste Das will ich gar nicht Ich will eigentlich hier hin Ich habe eine schnellere Karte für die Karte Ich weiß nicht, was das hier ist Ach, Postkutsche einfach Okay Da ist der Marshall Kinosaal Buchsenmacher Okay Alles klar Geld nutzt oder was? Wir können draußen mal gucken, was es so beim Buchsenmacher gibt Doppelimmunikationskapazität von normalen Kopfschulgewehren Und dann hier ein paar Winchester-RGBT-Gewehr zum Beispiel Munizio Noch nichts zu verkaufen gerade Weil im Servietat sonst nichts besteht Der zunkelbraun ist Ferdinand Man Haben wir hier gerade momentan noch Deluxe Edition wahrscheinlich Diese Version hier enthält alle sämtlichen Singleplayer Bonus und Halt auf den Frühjahr Das heißt, wir werden auch irgendwann Kann sich schon mal ankündigen Vorred der 2 wahrscheinlich Dann wirklich auch Oder an der Nightmare noch spielen Den Ender Aber erstmal natürlich hier das Hauptspiel So Wir gehen mal zum Sheriff, würde ich sagen Wobei mich der Kino sei jetzt auch noch interessiert Wenn wir gerade Mal hier in der Nähe sind Mal da Mal hier in den Streichen Ich kann Leute grüßen mit Kreis Ich kann hier in den Leidenstadt 2 Dollar für den Film Wie weit hätte ich mir denken können Das wird er auch Geld bekommen So, gucken wir mal was der Marshall so Reden hat Excuse me Hey, hey You got a visitor Shut up, you Now, what you want? My name's John Marston You wanted to speak to me I did? Apparently so Why? I guess because we're both in the business of the law You got fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer Fort Mercer You them One of them Williamson boys I got me one of them idiots who give Marshalls a bad name Jonah Put your gun down You must be the man from Blackwater Yes sir Listen, that dog ain't too bright But he seems loyal Jonah, get out of here for a minute Yes sir, Mr. Johnson, sir And you Oh, I done seen enough of your hide around here Friend I think there's some school children down the way you can go and frighten Oh, hardy fucking hard Dicky What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies I'm here to capture or kill Bill Williamson Okay Can you help me? He's outside my jurisdiction He's in the next county Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town So you're happy to have him out there? I ain't happy, but I also ain't suicidal My job is to keep this town safe, not clean up to all of these three counties It's hard enough around here You know, I hear you speak And suddenly I'm reminded of how some of the people I've respected most in my life had a problem with authority What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks that live here Whole world has problems, mister And I'm here Doing what I can Why? What's happening? Right now? I got the railway, the people that pay my salary trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the backcountry And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town That's all I got today But it's early yet, give me a couple more days, there'll be more All right, tell you what Let's go deal with them hoods in the saloon Then we'll discuss Williamson Okay, boy You're persistent little cuss, ain't you? Only when things matter Come on then, Marston, follow me Alles klar Er hat aber zu viel zu tun, angeblich, um sich um den Typen zu kümmern Nicht mal den Zuständigkeitsbereich machen sie in der USA ganz gerne, aber Hau runter A bunch of two-bedroom hoodlums led by this fella called Walt Goddamn road agency prey on the stage that's coming in and out of town Drivers and armadillos spend more time with their hands in the air than on the range these days And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No But the way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent folk That's an interesting approach to law enforcement There's the dumb rat bastard now Let's follow him See what kind of hole he crawls into Let's go, Marston I've been after that son of a bitch for months He spotted you Stay on him, boy And Fat Dinges willst du kommen, wenn du pfeifst, stand da genau Bommel schon mal samm Sammsteck lege geworden, aber nicht rum Okay If Walt's as bad as you say he is, why don't we just beef him now while we got the chance Because that ain't how the law works Is that right, Marshal? And alive, he can still talk Doesn't sound like he's a man to be reasoned with He ain't But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know Walt's gang's been growing fast Outlawing's easy money for easy work Jola Springs, Gap 2 Thridge, these boys get around Walt's the start, but there's plenty more where he came from Oh, my Reiter wird auch langsam, bis er wieder ausdauert Bis er so ein neues Pferd müssen wir das dann auch wieder heranziehen, oder was? Oh, oh, oh Hold up, Marston, he must be at the old Pleasant's house Probably best we take it on foot Okay Looks like we got company, boys Damn, take cover We'll work our way up this hill Hey, yeah, you, over here Move up to that wagon on your right All right, I'll cover you There's one behind the crate You ain't that tough, Walton You're out You're out You're out Get for the crate, boys I'll cover it Nice to live Take that fellow behind the rod, eh I'll cover it Try again Set it Und ohne L2 zu halten, schießt das was für das eine Tickung. Zack, also wenn du an den Beine schließt oder dir die gehen. Oh, also Kopfballauskritt, fängst du ein Leben, verdienst du Geld, legst du dir in den Pflicht und den L2 zu halten. Ein Outfit haben wir entdeckt. Ja, ich kündige schon mal an, wir werden einen Goodplay2 machen. Ich werde versuchen, mehr ehrnhaft zu bleiben. Also bringen die unerbte Leute freundlich, wenn du selbst wenig ehr besitzt. Ehrnwerte erbschätzig. Genau, das ist das Ehrnsystem. Gibt's auch einen solchen Teil dann wieder. Kann seine Ehre im Statistikbereich des Pausenmenüs mal prüfen. Ehr Rumtreiber, Room Nobody. Also noch so mehr Rumtreiber. Entdeckte Gebiete 994. Ist auch cool. Häuser einer. Okay. Kann man die auch looten. Ja. Kannst stell zurück in den Ort gelangen, wo du ein Lager zu viel Reisen benutzt. Öffne die Tasche und münden wir das Lager ausbieten. Cool. Kannst du überall in den Wildnis abspeichern. Will das Lager aus der Tasche um ein Lager aufzuschlagen und zu speichern. Also mit dem Lager machen wir quasi noch eine Menge. Andere Stuff. Oh. Nice. Am Lager kannst du dich nur speichern, sondern für das ist auch ein Pferd. Nicht um die Zonen verpasst. Keine Hass. Außerdem kannst du dich von dort aus nicht über die Ortschaft begeben. Die du sie vorbesucht hast. Cool. Okay. Okay. Ich bin jetzt direkt auf Höhe gefahren. Ich schieße als Einstieg auf Vögel oder jetzt hier ein Kui und das Fell ab. Okay. Wir können auch Tiere jagen. Genau. Okay. Ich verschlüsse. Ich verschlüsse. So ein bisschen schon. Ne. Wie wir bei den meisten Spielen von Rockstar haben. Wir wissen erstmal ein paar Missionen machen, um ein paar Features freizuschalten. Jetzt haben wir die Feature mit dem Lager freigestellt. Zeig, das machen wir so. Halt mal würde ich sagen. Zack. Ich fange das mal kurz an. Kannst du nicht an jedem bewohnten Ort reisen, den du entdeckt hast. Ansonsten kannst du ihn irgendwo auf der Karte in den Wegput setzen und dich dann zur nächsten Straße begeben. Ziehort reisen, speichern, Outfit wechseln. Hier. Was war das Outfit der Walton Bande? Fange ein Mitglied der Walton Bande Leben und kassiert das Kopfgeld. Eliminier alle Spiele in einem Pokerspiel auf einem Navadillo. Reiter ein Pferd auf der Witchwood Farm zu. Versuche Solomons Folly. Beschütze die Bewohner von Collar Springs von der Walton Bande. Kauf dies beim Schneider in die Thiefs Landing. Cool. Okay. Kann man was jetzt... Quasi... Ich glaube, das spule ich auch die Zeit vor. Und so. Ja. Okay. Jetzt haben wir Nacht. Das sind Symbole ausgegraut, die wir nicht nutzen können. So Leute, ich gebe mir von außen Digitasse das Menü. Das wird schon mit mir noch etwas öfter passieren. Achso Johnson. Der ist nachts sogar da. Interessanterweise. Genau, wenn ich näher ran zoome, sehe ich auch die kleinere Mission. Sonst sehe ich nur die Hauptmission. Nachtwache Job. Poker ist ausgegraut abends. Alles ist an. Fremde Personen gibt es auch. Okay. Ich würde sagen, aber wir reisen... Ich mach kurz nochmal das Lager wieder. Wir reisen... Sagen wir mal mit dir selbst. Schnellreise, dann haben wir das auch mal gesehen. Komme X. Und dann sage ich... Nach Abadillo. Zack. Schnellreise ist es quasi. Statt da halt auf der Map dieses Icon auszuwählen... Machen wir so das Lager. Kannst du mehr in Orden Five Finger Fürth spielen? Ja, ich war noch nie so der Fan von diesen Minigames zu spielen. Diese Karten-Dingenspiele und so weiter. Das war schon mehr... Ich hab mir nie Spaß gemacht in keinem Game dieser Welt besetzt, muss ich sagen. Also optionale Minigames mach ich jetzt. Ähm, was passiert hier? Ich will nicht auf die Leute schießen. Ich will gucken, wer da... Komm, schieß. Die schießen in die Luft. Okay. Hm. Bessant. Oh, da ist klar. Das sind ein paar Dollar, aber... Oh, benutzt du ein Checkbrief? Oh, mir die Hagen von Personenbeginn, die auf den Kopfkoll ausgesetzt wurden. 64 Dollar haben wir jetzt. Es reicht immer noch nichts, außer für Munition. Da haben wir jetzt... Haben wir noch genug jetzt. Finden ja aber wieder welche. Am Club. Und da ist jetzt noch ein Fragezeichen aufgetaucht. Okay. Keine Person, die im Überbegegnungsbeginn Hilfe ist. Ich teile alles Fragezeichen auf der Karte. Oh, sie haben meinen Junge! Mein Junge! Wer hat das gemacht? Er ist verloren. Er ist nur ein Junge. Mein Junge ist verloren. Wo? Wer hat ihn genommen? Die Leute in den Händen. Die Händen, die Händen. Die Händen, die Händen. Sie haben ihn genommen. Kann die Polizeibeginn dir helfen? Nein. Sie können sich selbst nicht helfen. Bitte, Sir. Mein Sohn ist verloren. Ich brauche deine Hilfe. Wenn ich ihn finde, ich bringe ihn zurück zu dir. So, die Jungen am Händen. Rock. Wer kann jetzt der begonnen? Fox sitzen beendet werden. Okay. Okay, ich bin fertig. Ich bin ein Händen. Ich bin ein Händen. Ich bin ein Händen für den Rücken. Er ist in der Händen. Komm, das machen wir doch gleich mal. Okay, haben die Leute dann markiert. Ihr seid Quests. Boah, wir sind nachts, warum reiten, warum nicht? Chalas Springs. Oh, Felsen. Ich wünsche mir übrigens ein geschecktes Pferd oder sowas. Finde ich immer am hübschsten. Uh. Was war das? Wildes Mutterkraut. Okay. Sag mal, ein wildes Mutterkraut. Hast du den ersten Level der Überlebenskünstler-Ausforderung gestartet. Okay. Ja, und im Journal kriegen wir weitere Infos. Wir waren ja schon am Hängeblock vorbei, oder? Ach so. Das ist wieder so typisch, äh, ja, das war, ich weiß nicht, wie es sein wird. Deswegen lügt das Talisman. Come on. Come on. Slow up. Slow it up now. Slow it up. Slow it up. Mmh 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 Na tschau'l Ja mit den Tieren kann man das Feld abziehen, nähe ich dem toten Tier in der Türke x-ray Das stand jetzt einfach nach dem Belooten übrigens Ahja, übrigens könnt ihr bei so einem Begegnügen diese ausgefallenen Zwecken Verwenden und man kriegt dann halt Sachen, wenn man die lootet Ich wollte ihn eigentlich retten, aber ich war zu langsam Da ist er halt gerippt Meister Jäger, Herausforderung gibt's anscheinend auch Es gibt wieder viel zu viel zu tun mit diesem Rockstar-Spielen, wie immer halt Aber das verstehe ich nicht, warum Wir haben da jetzt einen blutigen Schuh gefunden, hm Jetzt denken wir schon, er ist tot oder was Das war's dann schon Vor allem personentechnisch Man weiß ja denn jetzt, dass es der Junge ist Wahrscheinlich haben die den gegessen Das ist wahrscheinlich ein Hinweis darauf, dass das Kannibalen sind Das ist das, was mich auch Bei GTA 5, wo ich auch weiß, dass es fremden Personen gibt Ein bisschen getriggert hat Man weiß jetzt nicht, gibt's eine Folge Quest davon, sag ich mal so Kann man das irgendwo weiterverfolgen Oder ist das jetzt wirklich das Ende Das hasse ich bei diesen Dingern immer Bin ich ehrlich Wenn ich da keine klare Antwort dann hab, wisst ihr Was jetzt vorbei ist oder schon verpasst hab Oder ob's Also finden wir jetzt vielleicht noch irgendwo wenigstens die Typen, die das waren Können uns da quasi ein bisschen revanchieren Um es da so auszudrücken oder finde ich den nie Das ist halt das, was das Spiel offen ist Da stand dann aber bei Gärlichkeiten abgeschlossen Lager nur auf freier Ebene Fläche Lager nur auf freier Ebene Fläche Bis dann fährt dieses Typ Spart ihr das ein andermal Okay, haha So, das ist jetzt eben Ich verstehe Ja, also, äh, gegessen, sorry Haha, ist immer vorbei Jetzt warum walkst, wenn du fahren kannst, Herr Ich hab' den Typen gerettet Hätt'n nicht immer noch was sagen können Aber ich glaub' der war einfach nochmal mit einem anderen Seiten Das ist so, ich hab' den Typen gerettet Ich mein' das ist ganz cool an walkst, da spielt ihn Aber gleichzeitig ist es halt, wenn du alles machen willst Das ist so'n bisschen Weil die ist jetzt aber verschwunden Kann ich nicht mal sagen, dass ich ihn tot ist Er hat's einfach abgenickt Ähm Finde ich toll Hätt' ich jetzt was machen sollen Wahrscheinlich schießen Schlechte eigenen Taten Ja, weil ich auf den einen geaimt hab' Aber ich wollte eigentlich Ihn aufhalten Nur halt nicht gleich auf ihn schießen Aber scheinbar Wurde sich das negativ gewertet Hm Ja, da hätte ich schnell reagieren Das ist jetzt zufallsereignis Da muss man echt schnell reagieren Versteh' ich schon Ja, okay, aber ich versteh' mir noch nicht Warum das jetzt einfach Warum hat das jetzt einfach akzeptiert Dass der Tod ist Oder soll das halt offen Wahrscheinlich sollen die halt offen bleiben Aber ich finde sowas halt schade Das ist so eins der Probleme was ich hab' An den Nemisoden Rockstar Games Aber ja Ist auch so cool Inaktiv Ah, du hast Spuren von Gewalneisen Hängen mal gedeckt Es gab keine Beweise Aber auch wenn das Kindes hindeuten Okay Mit der kann man sich da Hätt' ich da vielleicht nochmal Besuch' umgucken müssen Aber es steht da jetzt inaktiv Das heißt wahrscheinlich Findet man da doch noch irgendwo Vielleicht in der Weise später dann halt Egal, wie gesagt Ich kann kein 100% versprechen Ich würde gerne alles machen Aber ich versuche aber Soviel es geht mitzunehmen Und zu zeigen Aber ich kann es euch nicht versprechen Weil wie gesagt, das Spiel ist blank So Hallo 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 Is Armadillo 731 What is it with these things? Hallo It's a new line Hallo Hallo Sounds fun What's happening? I have no idea If it's important They'll send someone down Like they did with you Suddenly the world is full of days Yeah I remember when we first got here We used to consider people from Dade County To be exotic Now guys can get here from the Midwest And they can do it in six days Things have changed They've gotten away from me Hello? I don't understand it no more boy Honest goodness I'm not sure I do Marshall 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 I just been up in the canyon Spying like you said I think I seen me a couple of them rustlers I think it was the baller twins And a couple of Mexicans They up there right now? Well, it was a group of four men Rounding up Mr. Gulch's livestock And none of them look like any of Gulch's hands So, yes sir, right now That's sarcasm's most unbecoming, Eli It's gonna hold you back in life Even worse than your lazy eye Alright, let's go You ride with this again, Marson? Will you help me? I will try And it'd be my pleasure Hello there! How long have you been working for the government, Marson? I don't work for the government Well, I got a telegram from some federal clowns in Blackwater That says otherwise Are you some kind of vigilante? You don't look like no government, boy I guess it's complicated I came because it was made impossible for me not to You sure are a tight-lipped son of a bitch, mister I guess I am I ain't gonna dig this hole no deeper Ain't you all proud and superior? Don't forget you need us more than we need you Bill Weaver folded you up like an empty person last time If I remember correctly Sit down, Jonah Listen to your boss, Jonah There's a good boy Otherwise I'll put a hole in your hillbilly head And watch your tiny brain drain out Okay Du hast einen fiesen Pausier aber mal Und sag hier die Folge vorbei ist Bis zum nächsten Mal Wenn's dann hier weiter geht Bis dahin Ciao, ciao Drive Auf ONE É 've Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020